So, 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 da bin ich wieder, man sieht, 41 Prozent, das ist noch lange nicht vorbei. Obwohl ich teilweise wie so ein Händloser da rumlaufe und irgendwas übersehen habe, dauert es anscheinend auch ein bisschen, oh, länger. Gleich zwei von diesen, was ist denn das? Okay. Was ist denn hier jetzt los? Was sind das für Viecher? Okay. Oh, komm her. Oh. 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 Hallo. Oh. 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 Oh Gott, ey, nerven die Teile. Hm, hier ist auf jeden Fall immer noch kontinuierlich die Lava, von daher, nein, geht's hier nicht weiter, und hier, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ja, eventuell ja dann dahinten. Ich guck mal hier, in den Bereich. Ne, okay. Das war irgendwie zu einfach. Deswegen mal kurz speichern, aufladen, direkt weiter. Okay, so. So. Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass... Dort hinten die Lava runtergegangen ist und wir jetzt dorthin können. Oh Gott. Mal gucken, ob ich recht hab. Was ist das hier eigentlich? Oh Gott. Ach. Oh ja, oh ja, oh. Bisschen! Ah, oh ja. Eigentlich müsste ich noch viel mehr von diesen Teilen einsammeln. Überall sind noch diese ganzen Kreise. Also, das heißt, dass da noch was versteckt ist. Die müsste ich mal auf dem Weg mit abarbeiten. Boah. Wenn ich gerade nach draußen gucke, das sieht echt nicht schön aus. Eigentlich wollte ich heute noch mal ein bisschen raus und ein bisschen auf Schatz suche, aber ich glaube, das hat sich jetzt schon erledigt. Ja. Tatsache, wir können runter. Na, wer bist du? Du wirst mich da von hinten pumpen, das geht nicht. Das sieht ja halt aus wie so ein Oma-Paradies. Boah. Ah, guck mal, da oben ist doch jetzt wieder so ein Kreis. Und da können wir rein. Dann schauen wir doch mal. Muss ja eigentlich irgendwie die Möglichkeit geben, oder? Ah, was ist denn? Kann man hier oben irgendwo ein bisschen schneller laufen? Dann machen wir das mal. Oh, die Scheiß-Teile. Na, komm. Na, komm. Was hat das denn zu bedeuten? 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 Oh oh! Was hat das denn zu bedeuten? Was hat das denn zu bedeuten? Was hat das denn? Was hat das denn zu bedeuten? 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 Was hat das denn ge otrobeige Bild? So, das müsste reichen. Oh, okay. Es wird interessant. Oh. Irgendwie auch nicht böse. So langsam sind wir wirklich im tiefsten der Tiefen hier. Von dem Planeten. Oh. Was ist denn das? Oh Gott. Oh Gott. Was ist... Oh, Mann. Fuck. Ist nicht wahr. Oh Gott. Oh Gott. Die laufen? Oh. Weißt du, jetzt kriegst du so einen rein. Oh, was? Oh. Boah. Scheiße. Ich brauch eine Speicherstelle. Da kann ich nur mit voller Energie reingehen. Ich weiß nicht, wie viele noch. Ob ich kurz davor war, den zu packen, aber... Das war ja übel. Ja, ist klar. Leute, 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 Leute. Bin ich hier im tiefsten Nest oder was? Okay. Was ist hier aufgeben? Ich weiß ja nicht, ob das hier so gut ist. Ich weiß ja nicht, ob das hier so gut ist. Scheiße. Alles klar. Ja, verzeiht mir, also. Da ist er doch. Okay, alles klar. So, wir speichern durch. Und dann schnappen wir uns die Biester. So, Leute, da wären wir mal wieder. Starten wir durch. Dann schnappen wir uns gleich die Biester. Jetzt erst einmal schauen, was da oben noch so ist. Oh, ein Energietank. Den könnte ich gut gebrauchen. Was ist das denn? Das sieht ja auch geil aus. So zwei Figuren. So ein Statuen. Ich muss da irgendwas in der Hand halten. Kommen wir da irgendwie an diesen... Oh, sogar Super Missiles. Die will ich haben. Oh, was ist hier? Jawohl. Den kann ich gut gebrauchen. Ah, okay. Hauen wir nicht. Da will ich mal sagen, schnappen wir uns mal die Biester. So. Nee. So, aufgeladen sind wir, aber... Machen wir mal 100%. Ich weiß nicht, also ich würde mal sagen, bevor ich da zu diesem dunklen Raum gehe, mache ich erstmal mit vollem Licht dieses Fieder kaputt. Oh, was? Oh, was? Ein Biest. Oh, mega, ey. Aber richtig cool gemacht. Oh, mega, ey. Das ist nicht ohne, also... Das muss man ja theoretischerweise nach jedem jetzt echt abspeichern. Obwohl ich den da oben eventuell noch packen könnte. Ich versuch's einfach mal direkt. Oh, cool. Oh, cool. Oh, bis zum. Ah, doch, das kann was lernen. Da haben wir ihn doch. Und jetzt muss ich da in diesen dunklen Raum... ...in diesem Vieh. Ah, bin ich mal gespannt, was das wird. Mal aufladen. Ich nimm direkt die Super-Biss-Lack. Ah, was? Oh, die gingen beide daneben. Nein! Boah! Boah! Ja! Boah! Ach so! Oh, pfuh. Ja, man sieht. Das wird echt eine eigene Nummer hier. Pfuh. Ja, mega cool gemacht, also. Und wahnsinnig stark. So, dann schnappen wir mal die. Den nächsten. Na, was ist hier? Ja, okay. Okay. Ich habe lange nicht wieder gelesen. Anderen gerechnet. Oh, ich habe noch nicht wieder gelesen. Oh, ich habe noch nicht wieder gelesen. Pfuh. So, einmal schön durchgeflogen. Na, was gibt's da oben? Na, hier ist doch auf jeden Fall irgendwie was versteckt. Den wollen wir doch mal. Und zwar in dem Bereich gleich. Hm. Na gut. Ja, okay. Hier komm ich auf jeden Fall irgendwie rein. Von wo weiß ich noch nicht. Das muss nochmal geklärt werden. Ja, ist ja nicht zwingend jetzt, aber... Okay. Gehen wir auch gleich mal rein. Dann schnappen wir uns eben mal. Da kann ich jetzt nicht so gut durch. Na. Na. Das musste sein. Sonst hätten wir ja gar keinen Platz mehr gehabt. Eine gemeine Sache. So, wir haben nur noch einen auf dieser Ebene. Mal schauen, wo der ist. Ich glaube, hier sind wir richtig. Es ist nur noch die Frage, was für eine Art Fieber das sein? Einen von diesen großen? Oh, scheiße. Oh, das sieht überhaupt nicht gut aus. Überhaupt nicht. Oh, diese scheiß Stacheln. Oh, nein. Oh, nein. Puh. Erstmal speichern, das nützt nichts. Das sieht mir alles noch ein bisschen zu gefährlich aus. Puh. Puh. Okay. Dann stellen wir uns noch einmal den einen. Da kam ja schon mal... Wir haben die Ebene ja anscheinend schon fast geschafft. Nein, so eine Scheiße. So, dann lassen wir uns noch mal den letzten schnappen. Und dann haben wir hier auch die nächste Ebene gepackt. Wieso? Geht er jetzt... Da haben wir uns... Okay. 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 So, dann lassen wir uns noch ein bisschen Energie stellen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns das noch mal. Okay. Check. See you. Die sind aber hier auch alle Reboss gewonnen. Okay, sehr gut. So. War ja klar. Super Mistlet, und dann geht's ab. Dann haben wir bester. Oh, oh, oh. Komm her. Oh, fuu. Jawoll. Und da ist wieder unser nächstes Beben. Gehen wir mal in diesen Gebäudekomplex da rein. Oder erforschen erstmal, was hier so liegt. Ah, okay. Okay. Oder? Nee, hat er auch gern. Wird ja wohl nicht so schlimm sein. Okay. Aber die Melodie kommt ne BK RP. Und da. Und da. Na, vielleicht muss ich auch erst mal mal da oben erforschen. Oh Gott, okay. Da komm ich auch noch nicht rein. Na, wo bin ich denn jetzt hier ganz geil landet? Irgendwie hab ich ein komisches Gefühl bei der Sache. Oh. Oh. Lange nicht mehr gesehen, aber geil. Und es geht ganz tief nach unten, super. Eigentlich muss ich mal speichern. Sehr gut. Ich würd' sagen, ich mach jetzt hier einfach mal hier eine Pause. So. Dann bauen wir mal. Oh, was ist das? Ah! Powerbombs, endlich! Na, was ist das hier? Hm. Scheint wichtig zu sein. Die kommen nicht raus. Oh, okay. Gut. Irgendwie... Müssen wir hier raus. Ist das alles jetzt hier hoch, oder wie? Oh nein. Ah! Muss ich mal ein bisschen beeilen. Was ist denn das jetzt? Das war's. Okay. Da war's schnell los. Okay, das wird nix. Das Zwischenspeicher will auch nichts, super. Oh, okay, da geht's lang. Ja, komm schon. Raus, raus, raus. Oh. Oh, da haben wir was kaputt gemacht. Das ist nicht so gut. Das ist natürlich jetzt die Frage, wo... Vielleicht müssen wir noch... So viel Zeit hab ich auch nicht mehr. Oh, das wird eng. Komm schon. Oh, oh. Oh, nein. Oh, komm schon. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, super. Jaaa! Ja, klasse. Ich lebe noch. Oh, das hat's wohl ein bisschen weggefetzt. Kann ich denn wieder da unten hin? Okay, nein. Oh, jetzt muss ich aber erstmal gucken, ob ich das überpacke. Ich hab nur 5... ...Energie. Oh, das wäre herrlich, wenn da irgendwas drin wäre. Oh, das wäre ja herrlich, wenn da irgendwas drin wäre. , ich würde sagen,체 $850. Ah, das war ja auch. небto theoretisch sein. Auch jetzt. Agent, sowas von mir gefallen. Aufombistä Inklus drη. Wenn das Auto zurück aus Marc kommt, in Corona sust. Ich esse Niada-M Started. Ah, hier. Wow, 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 wow. Das wird ne enge Nummer. Ich brauche jetzt echt ganz, ganz dringend einen Streicherpol. Oh, zum Glück. Okay. Hiermit endet erstmal das Let's Play. Ich brauche ne kurze Pause. Wahnsinn ey, Leute. Was für ein geiles Game. So, erstmal.